«This is a take, roll them, quiet.» Hallo zusammen, ich bin Silvan und ich bin der neue Video-Coach und Produzent bei Undercut. Was heisst das genau? Aaron? «Was machst du?» Genau, ich bin die Ansprechperson, wenn ihr technische Probleme habt, vor, während oder nach eurer Videoproduktion. Auch wenn ihr keine Probleme habt, dürft ihr jederzeit auf mich zukommen, wenn ihr Fragen habt zum technischen Ablauf oder nicht genau wisst, wie ihr etwas filmisch umsetzen wollt. Und glaubt mir, es gibt extrem viele verschiedene Wege. Gleichzeitig bin ich auch noch Video-Coach, das heisst, ich zeige euch Tipps und Tricks im Bereich Filmemachen und Vlogging. Schlussendlich bin ich aber auch verantwortlich für den Upload von euren Videos und dass die auf den verschiedenen Plattformen schlussendlich brillieren können. Okay, aber wer bin ich eigentlich? Ich mache seit 10 Jahren Filme und Videos und das sieht etwa so aus. Ich habe einen ersten Kinodokumentarfilm gemacht, ich habe bei ihm aus Feminas. Hier darum geht es, dass eine Gruppe von Frauen von St. Gallen nach Rom ein Pilgeretisch um sich einzusetzen für die Rechte der Frau in der katholischen Kirche. Ich weiss, ich traue sehr gerne schwarz und weiß. Gleichzeitig mache ich gerade den Bachelor an der SA in Zürich in Digital Film Making. Ja, und meine Hobbys sind... Action! Halt! Geht! Aber schlussendlich geht es nicht um mich, sondern um euch. Ihr seid die Regisseure, ihr seid die Filmemacher und Geschichten erzählen. Und ohne euch geht gar nichts. Und ich freue mich riesig auf eure Ideen, auf eure Storys und vor allem auf eure Filme. Bis bald!